News, Interviews und spannende Reportagen. Hier ist der offizielle Fanclub vom Heidepark Resort. Hier ist der Heidepark World Podcast. Hallo liebe Heidepark Fans, herzlich willkommen zurück zum Heidepark World Podcast. Schön, dass auch du heute wieder eingeschaltet hast. Wir haben es ja in der letzten Folge schon angedroht. Wir werden heute euch ein bisschen heiß machen auf die neue Saison. Und ja, was soll ich sagen? Wir hatten ja eine kleine Umfrage gestartet über Instagram und ihr solltet uns mal eure Rituale verraten. Und auf diese gehen wir jetzt ein. Und zwar schreibt Rollercoaster Jojo als erstes alles abchecken, rumgucken und spazieren sowie Shows gucken. Sarah schreibt erstmal Nostalgie-Karussell fahren. Feuerengel schreibt, treffe mich mit meiner besten Freundin und Family und freue mich immer bekannte Gesichter zu sehen. Curtis schreibt, Captain's Turn ist Pflicht beim ersten Besuch. Mika Schleswig-Holstein schreibt, durchs Tor gehen, Lothar begrüßen und einen schönen Tag im Park verbringen. Lea schreibt, erstmal Michelle zuhören. Luca schreibt, erstmal durch den Park gehen und alle Veränderungen anschauen. Marlin schreibt, wir gucken, wer die meisten Veränderungen findet. Ramona schreibt, egal, Hauptsache wieder Achterbahn fahren. Und Justus schreibt, Colossus-T-Shirt an und auf den Sprint meines Lebens in Richtung Mayatal. Und wenn ihr wissen möchtet, was unsere Rituale sind beim Saisonstart und worauf wir uns freuen, das erfahrt ihr in dieser Podcast-Folge. Und hier ist mein kongenialer Podcast-Kollege. Hier ist Mario. Herzlich willkommen zum Heidepark-World-Podcast, sozusagen zum Staffelfinale der Winterpause. Hallo. Servus. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Lust wie wir auf den Saisonstart und deswegen reden wir heute über den Saisonstart. Es ist nämlich das Jahr der Geburtstage und die 46. Heidepark-Saison. Und zwar haben wir in dieser Saison folgende Geburtstage, die wir im Heidepark dieses Jahr feiern können. Und zwar haben wir am 20.04., nein, falsch, am 24.04.20 Jahre Scream. Mario? Scream und du? Ja, bin ich bei. Bist du dabei? Natürlich, selbstverständlich. Ich sage dazu jetzt mal nichts. Mal habe ich mir gedacht. Dann haben wir 40 Jahre Big Loop am 30.04.2023. Big Loop, der Klassiker schlechthin. Klar, muss dabei sein. Also super, supergeniale Achterbahn, fahre ich total gerne, ist immer ein Muss und wie gesagt, der Klassiker im Heidepark. 40 Jahre. So alt wie du, Mario, würde ich fast sagen, gell? Das ist auch so ein Running-Gag, der irgendwie immer wiederkommt, ne? Super, ne? Wird Zeit, dass ich 41 werde. Na, dann kann man das nächste Jahr mit Big Loop wieder sagen, ne? Stimmt. Ach, guck mal, Big Loop und ich zusammen Geburtstag, ne? Schön, oder? Cool. Wer kann das schon von sich behaupten? Ich nicht. Definitiv nicht. Haben wir ein Fahrgeschäft, was so alt ist wie du? 96, also es gibt bestimmt ein Fahrgeschäft, was so alt ist wie ich auch in jeder anderen Saison. Das müssen wir nochmal recherchieren. Philipp, falls du das hörst, das ist die nächste Challenge. Timo, finde heraus, welches Fahrgeschäft im Heidepark so alt ist wie du. Dann haben wir am 13.07.2023 30 Jahre Bobbahn. Ja, fahre ich auch, aber ist für mich kein zwingender Muss. Also da bin ich immer gerne der Taschenhalter tatsächlich. Es ist, weiß ich nicht, für mich lohnt sich immer diese ewige Wartezeit. Also Bobbahn ist ja doch immer sehr gut besucht und da bin ich immer meistens raus. Da habe ich immer keine Lust, so lange zu stehen. Die Fahrt an sich ist natürlich toll, gar keine Frage. Ich liebe sie, keine Ahnung warum. Ich finde sie einfach genial. Mir macht sie einfach mega Spaß. Und der Soundtrack ist so genial. Oh, herrlich. Ja, das stimmt. Den feiere ich auch, muss ich auch sagen. Der ist super. Den feiere ich auch, ja, tatsächlich. Dann haben wir 15 Jahre Lucky Land. Auch schon wieder 15 Jahre. Mein lieber Mann. Ja, Lucky Land ist ja, ich würde fast sagen, auch noch so ein bisschen für die Kleineren oder eben für Eltern mit Kindern. Meine Kinder sind da definitiv raus. Ich schlendere aber gerne durch. Das ist schön thematisiert. Ja, ich mag die Atmosphäre da, tatsächlich. Kleiner Running Gag am Rande. Ich gucke auch gerade auf meinen Heidepark World Kalender, der über meinem Schreibtisch hängt. Und das Bild vom März ist es Lucky Land. Ja, stimmt. Habe ich auch gesehen. Also nicht bei dir, aber bei mir zu Hause. Hätte mich jetzt auch schwerst gewundert, wenn das so gewesen wäre. Auch eine Runde Indie Blitz ist ein Muss. Das ist auch immer witzig. So eine schöne Runde Indie Blitz. Ist so, macht mal Spaß, finde ich. Ja, Spaß bringt es auf jeden Fall. Und dann haben wir noch fünf Jahre das Pepper-Pick-Land. Und das ist ja eigentlich eher schon wieder so ein Bereich für uns. Ja. Ist das so? Vielleicht. Spaß beiseite. Finde ich trotzdem ein sehr cool thematisierter Themenbereich. Das muss ich schon sagen. Also gefällt mir ja sehr gut gemacht. Ich habe da einen unheimlich tollen Platz gefunden, wo man sitzen kann. Direkt am Wasser. Da sind ja diese überdachten Holzbänke, sag ich mal. Ja, kann sein. Genau, da wo jetzt auch, wo die ganzen Äntchen jetzt stehen. Ah, ah ja. Und das Problem an der Sache ist, genau da hängt irgendwo ein Lautsprecher. Und das ist so dermaßen laut. Ich habe tatsächlich mal, ich habe da mal gesessen und habe gedacht, eigentlich ist das eine total schöne Ecke. Man kann schön aufs Wasser gucken und solche Sachen. Sehr idyllisch, aber ja, eine Oktave zu viel. Die Musik im Pepper-Pick-Land finde ich schon cool. Also, die hat schon was. Ich habe jetzt auch nichts gegen die Musik gesagt. Ich habe nur was gegen die Lautstärke gesagt. Früher Wichtelhausen oder ehemals Wichtelhausen, das Pepper-Pick-Land. Aber auch schon wieder fünf Jahre im Heidepark. Das ist Wahnsinn, wie die Zeit vergeht, ne? Und natürlich, Mario, ach guck, nochmal kurz zurück. Natürlich Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Entschuldigung. Ja, haben wir letztes Mal auch besprochen. Es ist schon wieder fast der Saisonstart. Und wir haben letztens noch gefühlt die Weihnachtsfolge produziert. Aber das hatten wir in der letzten Folge schon mal angesprochen. Also, ich habe es ja tatsächlich auch gesagt in der letzten Folge. Mir kommt es auch gerade durch diesen Podcast wirklich so vor, als wenn die Zeit schneller verfliegt. Ich meine, es ist nicht verkehrt. Nee, auf gar keinen Fall. Aber wir haben ja durch diesen Podcast auch irgendwie jeden Monat mit Heidepark zu tun. Wir unterhalten uns da viel drüber. Wir sitzen zusammen und überlegen, was können wir denn jetzt in der nächsten Folge besprechen. Wir müssen recherchieren. Wir haben Gedanken dazu, tauschen die aus und all solche Sachen. Und ja, also jeden Monat, wo der Heidepark zu ist, haben wir doch so ein bisschen was damit zu tun. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass dadurch die Zeit einfach schneller vorbeigeht. Ist ja, wie gesagt, nichts Verkehrtes für uns. Auf keines. Denn wir sind mega heiß auf die neue Saison, die 46. Saison. Aber diese 46. Saison hat natürlich auch noch Events, die anstehen. Oh ja. Und das sogar, ja, eine Menge. Also eigentlich genauso viel wie letztes Jahr, würde ich fast sagen. Wir haben nämlich zum Beispiel Karneval vom 13.05. bis 21.05. Heidepark Pride findet statt vom 2.09. bis 3.09. Also das sind nur zwei Tage, ist ein Wochenende. Und das Oktoberfest 22.09. bis 24.09. Und 29.09. bis 1.10. Und jetzt, liebe Hörer, könnt ihr mal auf die Heidepark-Seite gehen. Und dann schaut euch einfach mal die Öffnungszeiten des Parks an zum Oktoberfest. Dem einen oder anderen wird wahrscheinlich auffallen, dass, ja, am Oktoberfest auch bis abends um 22 Uhr geöffnet sein wird. Und das ist ja schon mal ein richtig cooles Highlight, worauf man sich freuen kann. Dann haben wir natürlich ganz zum Schluss wieder Halloween vom 13.10. bis zum 31.10. diesen Jahres. Mario, das wird unser Event. Da ist es auf jeden Fall, klar. Da gehen wir durch ein Maze durch für zwei als Challenge. Ja, stimmt. Nachdem wir Scream gefahren sind, ne? Ach, wir müssen auch nicht zwingend in so ein Maze gehen. Das war nur so eine Idee halt, ne? Da rudert er wieder, da rudert er wieder. Aber du kannst ja schreien, wenn du kannst. Hören hört mich da oben sowieso niemand. Sehr gut. Natürlich, wenn jetzt die neue Saison beginnt, Mario, haben wir natürlich auch unsere Rituale im Park. Natürlich haben wir die schon mal in unserer Vorstellungsrunde genannt. Und natürlich ist das bei mir ein Slush trinken. Das zählt natürlich zu einem meiner Rituale. Mach ich gerne, aber ich hab natürlich auch so ein bisschen Rituale im Park. Was ich als erstes fahre oder was auf jeden Fall gefahren werden muss. Davon bei mir, also von meiner Seite jetzt gleich mehr. Ja, Mario, wie sieht denn das bei dir aus mit Ritualen im Park? Ja, meine Rituale sind eigentlich, ja, oder sind dieses Rumschlendern durch den Park. Und ich bin eigentlich immer ganz gerne auf der Suche nach Veränderung. Mein diesjähriger, ja, Saisonstart wird wahrscheinlich, oder es wird sehr anders ausfallen, da ich zu diesem Zeitpunkt oder in diesem Jahr nicht nur eben als normaler Gast da sein werde, sondern eben auch als Podcast-Mario sozusagen mit dir zusammen. Ja. Und wir haben ja, also ich sag mal, wir sind sehr rechtzeitig da und bis zum Mittag rum ungefähr werden wir uns ja rein arbeitstechnisch irgendwie so ein bisschen im Park austoben. Ansonsten, ja, danach wird's hoffentlich irgendwann, dann ist es ja auch Zeit dafür, irgendwann irgendwo ein schönes, kaltes Bier geben. Und ja, ich bin auf jeden Fall auf eine Entdeckungstour. Also ich liebe es, durch den Park zu schlendern und zu schauen, was hat sich verändert. Das muss jetzt immer nichts Großes sein, das können auch kleine Sachen sein, denn ich finde auch kleine Dinge, wie zum Beispiel hier ein neuer Zaun, da ein neuer Anstrich, das verschönert den Park unheimlich und da bin ich immer sehr gespannt drauf. Machen wir zusammen, hab ich gehört. Hast du gehört? Steht auf deinem Teleprompter, ne? Genau, richtig, richtig, genau, da steht das. Ja, die Regie sitzt mir auch schon wieder im Nacken. Du wirfst schon wieder böse Blicke zu uns rüber. Ja, ne, weil wir wieder so ausschweifen oder wieso? Nö, nö, das mögen die, hab ich mal gehört, die mögen, wenn wir mal ausschweifen. Ja, tatsächlich. Ja, ja, ja. Ja, mein Saisonstart, nee, Saisonstart, nicht meine Rituale. Also mit meiner besten Freundin handhabe ich das meistens wirklich immer so. Rechtsrum, Desert Race. Zugleich zum Start, Desert Race. Ja, okay. Gleich volles Rohr, Adrenalin und dann bist du fit für den ganzen Tag und dich schockt nichts mehr. Das stimmt, aber gibt es dann, gibt es ja auch keine Steigerung mehr für dich sozusagen, ne? Ja, ja, das stimmt auch wiederum, klar. Aber da du es ja, du machst es ja freiwillig, also von dem her gehe ich mal davon aus, dass es, ja, wenn es dein Ritual ist, dann hast du dann mit natürlich, ja, dein Frieden geschlossen oder dir das so ausgesucht, wie du es haben möchtest. Von dem her steht dem natürlich nichts im Weg. Ja gut, es ist ja die Lieblingsachterbahn von meiner besten Freundin und es hat sich mal angeboten. Wir haben das einmal so gemacht und seitdem machen wir das immer so, weil wir sagen, die ist gleich anfangs, wenn du rechtsrum gehst, ist gleich da Desert Race und seitdem machen wir das so. Ja, finde ich gut. Ich finde das gut. Jetzt haben wir das Ritual so ein bisschen beibehalten. Also ich könnte auch damit leben, wenn man es mal anders macht, aber es hat sich so eingespielt und, ja, sind wir auch nie von abgewichen. Also was bei mir, mir fällt gerade noch ein, was bei mir ein Ritual ist und das eigentlich nicht nur zu Saisonstart, sondern eigentlich immer, wenn ich da bin, mein heißgeliebter Schinkenbraten im Wirtshaus des Admirals. Also das ist auch so ein Ritual, der muss, das muss immer dabei sein. Das ist natürlich ein Ritual, aber... Wollte ich noch ergänzen. Ich finde es auch wichtig, dass du es ergänzt, weil wir müssen ja unserer Linie treu bleiben, Mario. Ja, eben. Es geht immer irgendwie um Essen bei uns in der Folge. Deswegen natürlich auch in dieser Folge. Und ich habe gedacht, ich ergreife mal die Chance und erzähle dir von dem leckeren Schinkenbraten. Sehr schön. Der ist wirklich super. Das glaube ich, das glaube ich. Da gibt es ja feine Sachen im Wirtshaus des Admirals. Und ich bin auch gespannt, ob es dieses Jahr neue Sachen auf der Speisekarte geben wird, die man auch mal wieder ausprobieren kann im Wirtshaus des Admirals. Ich lasse mich da gerne überraschen wieder auf neue Sachen. Das sind ja auch so kleine Veränderungen. Ja, klar, richtig. Und wenn es ums Essen geht, sind wir ja sowieso vorne mit dabei, Mario. Natürlich. Vorne an der Front. Ja, natürlich. Ja, was esse ich denn dann gerne? Was esse ich denn dann gerne? Ja, das klingt auch ein bisschen unprofessionell. Nein, so meine ich das nicht. Was esse ich gerne? Ich, ja, Pizza Scream, mal so ein Stück Pizza auf die Hand. Das ist so mein Style eigentlich, wenn ich mal aus dem Park esse. Dann setze ich mich da hin, dann essen wir das Stück Pizza da und dann ist die Sache eigentlich schon gegessen. Timo, du haust mir wieder einen nach dem anderen raus. Das ist ja unglaublich. Der war schlecht ohne Ende. Mario, mein Lieber. Aber was hast du denn, hast du, mal abgesehen von Captains Turn, eine Attraktion, wo du sagst, das ist eigentlich schon ein Muss für mich, wenn ich im Park bin? Ja, also es ist immer wieder interessant und gerade nach so einer langen Pause, finde ich, muss ich auch unbedingt Kacke fahren. Also das ist auch so ein Ding, das muss einfach irgendwie dabei sein. Weil gerade wenn man länger nicht da gewesen ist und man sitzt dann da oben kurz vor der Abfahrt, das ist schon wieder so ein Gefühl, dass einen sagt, so, es geht wieder los. Die Saison ist wieder da, die Tage werden länger, der Frühling kommt etc. pp. Und das ist eher so ein Eröffnungssprung in die neue Saison, sag ich mal. Ja, doch, das gehört, glaube ich, auch dazu. Gut, Colossus ist so eine Attraktion, auf die freue ich mich tatsächlich auch mega. Das heißt tatsächlich, es ist die Attraktion im Heide Park, klar. Aber wirklich, muss ich sagen, teilweise stehst du da wirklich unendlich lang an, wenn es blöd läuft. Unter der Woche geht es, aber gut, am Saisonstart mache ich es wirklich davon abhängig, wie lang ist die Schlange. Und wenn ich dann halt zweimal hintereinander Desert Race fahren kann, mache ich dann halt lieber das. Ich habe es sogar tatsächlich auch schon mal gemacht, wenn ich ein Fahrgeschäft, nehmen wir mal Kacke zum Beispiel, unbedingt fahren möchte an diesem Tag. Und es passt einfach den ganzen Tag nicht, dann stelle ich mich tatsächlich auch abends nochmal kurz an. Ja, in dem Fall dann wirklich kurz, weil es gibt ja immer so gewisse Uhrzeiten, da reisen Klassen wieder ab, dann wird der Park ein bisschen leerer und dann kann man diese Chance einfach nochmal ergreifen und dann kommt man tatsächlich auch ran. Und wenn man ganz viel Glück hat, dann ist da so wenig los, dass du die gleich nochmal anstellen kannst und nochmal sofort wieder drankommst. Also das sind, man muss das dann einfach in der Zeitachse so ein bisschen verschieben und dann kommt man auf jeden Fall auf seine Kosten. Ich sage ja, es ist ja berechtigt, dass bei Colossus auch so viel los ist. Ich meine, das ist halt das Ding im Heidepark. Ja, klar. Und du wirst ja quasi belohnt, wenn es mal eine Stunde ist, die du da anstehen musst. Ich meine, das kriegst du ja wirklich auch alles wieder zurückgegeben, was du da erlebst. Richtig. Ja, das stimmt. Timo, gibt es denn eigentlich Sachen im Heidepark, die du tatsächlich noch gar nicht gemacht hast? Ähm, ich bin noch nie Nostalgiekarussell gefahren, falls du das meinst. Ja, ich auch nicht. Tatsächlich. Also, ähm, nee, aha. Du weißt, was das heißt? Ich weiß, was das heißt. Ja, tatsächlich. Gut, sehr schön. Wir müssen Nostalgiekarussell fahren. Richtig. Das machen wir auf jeden Fall. Also, das ist, ähm, ein, ein ganz, ganz großer Punkt auf unserer To-Do-Liste am Eröffnungstag. Ja, am Saisonstart. Und das werden wir auf jeden Fall machen. Was ich auch noch nicht gemacht habe, was mich aber ein bisschen reizt, wirklich, auch wenn es halt wirklich Adrenalin-mäßig gar nicht brutal ist, das ist diese Oldtimer-Strecke da gefahren. Das habe ich wirklich auch noch nie gemacht. Doch, ich ja. Ja? Also, sogar, ja, sogar schon öfter. Tatsächlich. Also, das war auch so ein, so ein bisschen, ähm, wie Captain's Turn. Also, da muss man, ich bin ja sowieso eher dafür, äh, oder man kennt mich ja eher so in langsamen Fahrgeschäften. Ich bin ja halt so der Genießer. Und der Captain's Turn ist für mich ein Muss. Und tatsächlich in der Oldtimer-Fahrt bin ich auch schon öfter drin gewesen. Floßfahrt? Floßfahrt, ja, auch. Ach, Floßfahrt ist aber auch mal so zwischendrin, ist das mal entspannt. Ich finde, ich finde es super. Ich finde es so toll. Ich könnte auch den ganzen Tag drin sitzen bleiben, wenn es erlaubt wäre, dann von dort mein Bier trinken. Aber es geht leider nicht. Also, da könnte, tatsächlich immer so, wenn ich, wenn ich vorne so am, ähm, am Bediener vorbeikomme, dass der mir dann ein neues Pilz in die Hand drückt und dann, und auf die nächste Runde. Und das wäre schön. Das wäre ein Träumchen. Da hast du aber ganz schön Schlagzahl, du. Ja, das ist klar. So ein halber Liter Bier in fünf Minuten. Das muss ich natürlich früher nach Hause, ne? Also, ich glaube, lange hält man das nicht aus. Ja, das siehst du, da kannst du aber auch den ganzen Tag keine Floßfahrt machen, ne? Ja, stimmt. Da hast du recht. Du musst vielleicht zwischendrin einfach mal ein Wasser trinken. Genau. Ach nee, wir waren letztes Jahr, waren wir Floßfahrt machen und, ähm, da war es heiß ohne Ende und dann hat sie so ein bisschen halt das Spritzwasser, was halt wirklich gelegentlich auch mal hochkommt bei der Floßfahrt. Und dann haben wir da hier ein bisschen was drauf gegessen. Hier mal unsere Kekse, die wir mit hatten. Und das war mal so, für zwischendrin war das mal ganz schön entspannt. Und bei der Hitze sowieso super, ne? Ja, richtig. Man kann sich auch tatsächlich dann immer so ein bisschen erholen von dem Ganzen, ne? Weil so ein ganzer Tag im Freizeitpark ist ja doch anstrengend. Und, äh, da gibt es immer, finde ich immer sehr toll, dass es da dann eben auch so kleine Sachen gibt, wo, ja, indem man Dinge fährt, aber sich auch gleichzeitig eben so ein bisschen erholt, immer kurz zur Ruhe kommt, um wieder neue Kraft zu tanken und dann wieder volles von durchzustarten. Jetzt frage ich dich, Mario. Was hast du denn noch nicht ausprobiert im Heidepark oder bist du gefahren, was dir jetzt so ad hoc einfällt? Ich glaube, es gibt mit Sicherheit die ein oder andere Sache. Entschuldigung, dass ich unterbreche, die wir noch nicht gefahren sind, die wir noch herausfinden würden, wenn wir im Park sind. Aber was fällt dir denn jetzt so ad hoc ein? Ad hoc tatsächlich das Peppa Pigland. Also es gibt nichts, was ich im Peppa Pigland gefahren bin bis jetzt, äh, außer natürlich Peppers, Opa, 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 wie heißt die noch? Die Zugfahrt? Ja, Opa Peppers Zugfahrt oder Peppers Zugfahrt? Irgendwie so. Wir sind, wir sind Fans, ne? Meine Güte. Ich weiß aber, was du meinst, ehemals Wichtelhausenbahn. Also die ehemalige Wichtelhausenbahn, genau. Ähm, die bin ich natürlich gefahren, als es noch die Wichtelhausenbahn war, aber ansonsten bin ich im Peppa Pig noch, äh, im Peppa Pigland noch nichts gefahren. Ist aber vielleicht auch, ähm, ich mache immer so einen, so einen großen Bogen darum, weil, wie schon erwähnt, meine Kinder sind aus dem Alter raus und ich möchte da auch nicht, äh, ich finde immer, ich finde das sehr gut, was da für kleine Kinder gemacht wird und ich möchte da auch nicht als Erwachsener irgendjemand den Platz wegnehmen oder da, eine Warteschlange produzieren, äh, wo kleine Kinder dann irgendwie noch mal eine Runde länger warten müssen oder so. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, oh, ich muss jetzt unbedingt die auf den Dinos rumhüpfen oder sowas. Ähm, das würde ich aber gerne mal sehen, Mario. Ich, 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 ja, das habe ich mir fast gedacht und wahrscheinlich nicht nur du. Also ich meide das Peppa Pigland immer, ich gehe vielleicht mal, äh, einmal komplett durch, um mir einen Weg abzukürzen, aber ansonsten sieht man mich da eher weniger. Ja, aber, Mario, doch, du auf den Dinos, das würde mir gut gefallen, doch. Ich stelle mir das gerade bildlich vor und ich finde es exzellent. Ähm, ja, gut, da gehe ich aber dann auch mit. Ich bin leider außer ehemals Wichtelhausenbahn vor zig Jahren auch leider noch nichts gefahren im Peppa Pigland. Find aber deine Einstellung gut und finde das, verstehe das auch vollkommen und finde das gegenüber den jungen Besuchern im Park sehr sozial. Doch, bin ich gut. Es gibt eben auch, äh, gerade so Tage, die, ich sag jetzt mal, bei viel langanhaltenden Sonnenschein bei kleinen Kindern auch mal ganz schnell umschlagen können in, 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 ähm, schlechte Laune, sag ich mal, oder ein bisschen genervt sein vom Warten. Und wenn, weiß ich nicht, wenn dann noch größere dazwischen stehen, einfach nur, um, äh, ja, jetzt so ein Foto zu schießen, wie man da auf diesem Dino sitzt. Ja, ich glaube, da gibt es halt genug von und da muss ich mich nicht auch noch, äh, zwischenstellen. Und von dem her finde ich eigentlich, dass die, die Kleinen da doch, ähm, ihr Reich haben und, äh, das auch voll und ganz genießen sollen. Ist auch richtig, so finde ich gut, auf jeden Fall. So, wo waren wir denn stehen geblieben, mein Lieber? Was haben wir noch nicht im Park gemacht? Ach, genau. Mario, hast du da noch was anzufügen? Ich überlege noch mal kurz. Ja, Maces würden auf jeden Fall auch dazu passen, wobei das ja erst hinter, hinten ansteht, da wir ja gerade erst beim Saisonstart sind. Das ist so eine Sache, aber ansonsten muss ich auch noch mal kräftig überlegen. Ich glaube, nee, sonst, äh... Also, mir fällt eine direkt ein, die müsste dir aber eigentlich auch bewusst sein, aber wir haben jetzt gar nicht drüber gesprochen, aber mir fällt es gerade ein. Es ist auch sehr offensichtlich. Na, hau raus. Du hast mich eben schon wieder damit aufgezogen. Mit Scream? Ja. Das ist jetzt bei dir. Ja, ja, genau, bei mir. Ja, Screamy war ich noch nicht drin. Das habe ich tatsächlich schon mal erlebt. Wenigstens ein bisschen was konnte ich der Scream-Familie Gutes tun, indem ich sage, ich nutze wenigstens mal den kleinen Bruder oder die kleine Schwester, wie sie genannt wird. Ja, ja, schön. Ist natürlich auch absolut Adrenalinkick, muss ich sagen. Ja, glaube ich. Und der liebe Philipp aus dem Heidepark-World-Team hat schon mal wie damals in der Weihnachtsfolge uns wieder eine Challenge zukommen lassen. Und da hören wir jetzt mal kurz rein und seid gespannt, was er für uns vorbereitet hat. Hallo Mario, hallo Timo. Wie ich gehört habe, soll es in der heutigen Folge um den Saisonstart am 25. März gehen. Nun, ihr wollt ja die kommende Folge, also die 46. Folge, wo ihr auf den Saisonstart zurückblickt, gemeinsam im Park produzieren. Damit ihr euch da noch ein bisschen besser kennenlernt, findet doch in der heutigen Folge einmal zehn Unterschiede zwischen euch heraus und fünf Gemeinsamkeiten, die in Bezug auf den Heidepark sind. Ich wünsche euch dabei viel Spaß und freue mich auf das Ergebnis. Puh, oha. Das ist doch mal was. Ich würde aber auch sagen, wir haben auch im Laufe dieser Folge schon das ein oder andere, glaube ich, erwähnt. Wir müssen das jetzt nur tatsächlich nochmal ein bisschen zusammenfassen. Zusammenpuzzeln. Genau. Das Puzzle ist... Womit wollen wir anfangen, Timo? Mit den zehn Dingen, die uns unterscheiden? Oder mit den fünf Gemeinsamkeiten? Wir fangen erst mal mit den zehn Unterschieden an und dann aber mit den fünf Gemeinsamkeiten, weil das Beste kommt ja zum Schluss. So sieht das aus. Finde ich eine gute Idee. Ne? Ich möchte mir das so ein bisschen mitschreiben, damit wir das hier... Damit ich nicht aus dem Konzept komme, damit wir... Oder damit ich den Überblick behalte. Also, ich fange mal an. Ich fange ganz oben an bei Scream. Ich fahre Scream, auch gerne. Du nicht so. Aber das mache ich auch gerne, den nicht zu fahren. Der war gut. Der war ein bisschen gut, Timo. Der war besser als der letzte. Oh, Mann. Da gibt es eine Fleißnudel für. Oh, Dankeschön, Dankeschön. So, dann der zweite Unterschied. Dir gefällt die neue Thematisierung bei der Bobbahn und mir nicht. Stimmt. Ja, richtig. Also, ich habe jetzt wieder mal Bilder gesehen. Von der ehemals Thematisierung von der Bobbahn. Ach, schön. Also, die Schweizer Bobbahn. Genau. Wie sie früher mal hieß. Richtig. Ich sage mal so, es ist jetzt schön angepasst und da reingebracht in das Transsilvanien-Thematisierungs-Ding. Aber das war so schön, so edel schön sah das aus, dieses Gebäude. Und das ist jetzt... Ja, das ist richtig. Ja, das ist richtig. Aber ich freue mich immer über jede Weiter-Thematisierung. Also, dass diese Themenbereiche sich immer weiter erschließen. Man hat ja irgendwann mal angefangen, diese vier verschiedenen Themenbereiche zu machen und um das Ganze so umzusetzen, das dauert natürlich unheimlich, aber mit jedem Jahr kommt immer wieder ein Stück mehr dazu, finde ich. Und deswegen finde ich diese Umthematisierung oder den neuen Anstrich des Hauses eigentlich sehr toll. Von der Sache her finde ich es auch cool gemacht, dass das angepasst worden ist. Aber vorher hat mir die Sache an sich besser gefallen, aber die Sache mit reinzubringen in diesen Transsilvanien-Bereich, das ist schon cool und gut, dass wir es halt wirklich so dann angepasst haben. Weil von der Sache her, dieses Schweizer Gebäude da in diesem Grusel-Bereich, nenne ich es jetzt mal mehr oder weniger, ja, war auch ein bisschen anders, ne? Ja. Unpassend will ich nicht sagen, aber es ist schon ein bisschen aufgefallen. Richtig, genau. So, Unterschied Nummer drei, Mario. Unterschied Nummer drei, ja, da muss ich ja nochmal, da muss ich tatsächlich mal eben kurz in mich gehen, ähm, das ist gar nicht so einfach, ne? Nee. Hast du dir schon mehr zurechtgelegt? Ich habe mir noch gar nichts zurechtgelegt. Denn ich weiß nicht, ob wir das so gelten lassen können. Ich würde jetzt mal sagen, du Slushy, ich Bier. Aber ich weiß auch, dass du außerhalb des Parks gerne Bier trinkst. Deswegen weiß ich nicht, ob wir das so stehen lassen können. Das geht ja nicht darum, aber ich trinke halt jetzt im Park kein Bier. Also ich würde niemals im Park, also niemals ist auch gelogen, aber ich weiß schon, was du meinst, du trinkst halt gerne mal deinen Slushy. Also andersrum, du trinkst gerne mal dein Bierchen im Park und ich halt gerne mal meinen Himbeer-Blaubeer-Slushy. Richtig. Und sowas ist ja, das ist ja quasi das Getränkeritual. Dein Ritual ist das und mein Getränkeritual ist das. Können wir das gelten lassen? Was sagt die Regie? Chuck Norris hebt den Daumen. Gut, dann lassen wir das gelten. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja. Punkt vier oder Unterschied vier. Das müsste eigentlich bei uns besser klappen, ne? Wir haben schon so viele Folgen gemacht und wir haben echt schon viele Unterschiede festgestellt. Die Challenge ist cool, Philipp, falls du das hörst, aber der hört es bestimmt, aber es ist gar nicht mal so leicht, doch? Irgendjemand hat heute übrigens... Fährst du gern Limit? Ja. Okay, ich nicht. Da brauchst du immer Ibuprofen danach, alles klar. Ja, habe ich tatsächlich schon öfter gehört und ich verfolge das auch immer wieder in diversen Foren. Ich bin da sehr schmerzfrei, muss ich tatsächlich sagen. Also ich habe, ja, man wird schon ordentlich durchgeschüttelt, aber es ist nicht so, dass ich da mit Kopfschmerzen rauskomme oder sowas. Also im Gegenteil, ich finde Limit sehr, sehr interessant. Und ich würde sie fast zu einem Fahrgeschäft zählen, was auch ein Muss ist. Also da mitzufahren. Fährt mal, also ich fahre sie dann, wenn ich sie fahre, wenn als letztes, aber ja, das ist doch auch schon mal wieder was. Schön, dass wir doch einen Unterschied gefunden haben. Ja, das ist einerseits ganz gut, aber andererseits bin ich jetzt wieder dran. Ich, was machst du mit deinem Mikrofon da eigentlich? Entschuldigung, ja, ich werde demnächst mal Teppich auf meinem, also das ist ja so hier, es ist alles auf Sparflamme hier, weißt du? Also ich muss eigentlich mal Teppich auf meinem Arbeitsplatz. Ah, die Heizkosten sind teuer. Ja, richtig, genau. Sparflamme. Viel Teppich, viel Flauschi, dann ist das nicht mehr so. Mein Mikrofon, also dieses Studio ist noch nicht ganz fertig aufgrund von, ja, doch fehlenden Kosten. Du hast wenigstens ein Studio. Also der Mikrofonarm ist direkt an der Arbeitsplatte befestigt und das ist natürlich eigentlich No-Go, aber ich kümmer mich drum. Ich werde mal einen Antrag stellen bei, wie hieß er noch, Philipp, ne? Kosten vor den Schlag machen lassen. Genau. Drei Stück bitte, weil der Günstige kriegt den Zuschlag. Ist klar. Gut, wir sind bei Punkt 5. Ja, Punkt 5, Timo. Du darfst mich doch gerne Sachen fragen, also wie jetzt eben gerade auch mit Limit, das war so ein Ding, das flieh mir gerade noch rein. Also nur mal kurz zur Info, ich habe nichts gegen Limit, aber, ne, wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen Big Loop oder Limit, dann Big Loop, definitiv. Kell, 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 mir fällt auch nichts ein, gerade. Das ist, also wir sind, wir sind schon am, Mensch, wir sind echt, also ich hätte vielleicht noch was. Hat auch mit dem Heidepark zu tun und ich glaube, da sind, da ist auf jeden Fall ein Unterschied drin, denn, wie kommst du zum Heidepark? Mit dem Auto. Siehst du und ich mit dem Zug. Stimmt. Ja. Genial. Das ist gut, Mario. Ich muss mich hier aber auch, ich muss mich hier aber auch weit aus dem Fenster legen. Das ist richtig gut, Mario, das ist richtig gut. Es soll ja mit dem Heidepark zu tun haben und von dem her, ja, doch. Punkt 6. Ich habe auch einen. Punkt 6. Ich habe auch einen, einen richtig guten sogar. Hau raus. Du hast schon mal Kehlenschneider getrunken und ich nicht. Ja, tatsächlich. Fällt jetzt so ein bisschen in die Halloween-Saison, aber lassen wir trotzdem gelten, würde ich sagen. Ist ja trotzdem. Regie sagt, ist okay. Nickt, grinst. Punkt 7. Es wird, es wird nicht einfacher, ne? Ne, das habe ich bei der ersten Nummer schon gedacht. Punkt 7. Ich habe, ich bin fest davon überzeugt, dass ich irgendwas im Kopf habe. Also, ein Unterschied zwischen uns, was den Heidepark betrifft. Sicher. Aber, aber, aber ich komme da nicht drauf. Also, ich hätte noch einen, aber den mache ich ja dann erst, wenn ich dran bin. Ja, also als ich die Challenge gehört habe, habe ich gesagt, oh jo, du kannst ja hier so raushauen. Dachte ich auch, das ist ganz einfach, habe ich gesagt. Aber, ne, das ist schon, ähm. Oh. Ich habe vielleicht was. Ja. Monorail oder Panoramabahn? Boah, das ist mir eigentlich ziemlich egal. Also, wenn Monorail, wenn ich jetzt mich entscheiden müsste, aber ich finde die Panoramabahn auch genial. Ich meine mal, mich zurück zu erinnern, dass du mal gesagt hast, ne, ich fahre dann lieber, äh, die Panoramabahn. Was habe ich denn gerade gesagt? Monorail? Ne, ich meine die Kleine, die Panoramabahn. Die Kleine, genau. Die Kleine, die Panoramabahn, ja. Die finde ich cooler irgendwie. Okay, siehst du, und ich Monorail. Oh, okay. Und ich Monorail. Ah. Ah, ja, Gott sei Dank. So, ich habe den Punkt, du warst schon vor mir im Heidepark, als es mich noch gar nicht gab. Ist das wieder eine Anspielung auf mein Alter? Das hast du gesagt. Das ist nur der biologische Verlauf. Ja, okay, das lassen wir, ja. Wie alt war ich denn? Zwölf oder elf? Ich war er und du später im Heidepark. Wie alt warst du bei deinem ersten Besuch? Also, ich würde fast sagen, das war ja noch zu Zeiten mit meinen Eltern. Also, wir haben immer so regelmäßig, einmal im Jahr war das immer so ein Pflichtprogramm, dass wir mit der Familie in den Heidepark gefahren sind. Ich würde jetzt wirklich, ich habe ein Foto im Kopf, ich glaube, da müsste ich acht sein. Also, es kann auch früher gewesen sein, aber das ist so acht Jahre, ja, würde ich sagen. So würde ich mich jetzt auf dem Foto schätzen. Ich kann das noch mal genauer recherchieren, wenn ich meiner Mutter mal wieder einen Besuch abstatte. Dann gucke ich mal, ob ich das rausfinde. Okay. Ich müsste elf gewesen sein, elf, zwölf, so. Das müsste mein erster Heideparkbesuch gewesen sein in dem Alter. Mhm, okay. Wir sind bei Unterschied Nummer neun. Ja. Jetzt bin ich wieder dran, ne? Mhm. Hast du schon mal im Heidepark Abenteuerhotel übernachtet? Nein. Ich auch nicht. Ich habe jetzt gedacht, jetzt kommt's. Oh, ja. Hey, nein. Ich auch nicht. Alles klar, schön. Ach, Mann. Es hätte klappen können. War fast kurz davor. Ja, ne? Mario, doch. Ich hätte einen. Ich hätte einen, aber den benutze ich für mich. Ja, das habe ich mir gedacht. Lass mich mal ruhig im Regen stehen. Ja, ja. Das ist kein Problem. Danach stehe ich ja im Regen. Ja. Mensch, das ist aber auch der, der Philipp, der hat manchmal, glaube ich so, der wacht morgens auf und denkt sich so, so, wie können wir Timo und Mario denn heute mal wieder zu Weißglut bringen und denen den Tag versauen. So habe ich so manchmal das Gefühl. So geht es mir auch gerade, ja. Ich nehme nochmal einen Schluck Wasser. Vielleicht fällt mir da nur was ein. Fällt dir bei Wasser irgendwas ein? Bei Wasser? Wasser, Wasser, Wasser. Nee, nicht wirklich. Wildwasserbahn 2. Also, wenn du da irgendwie anders denkst als ich, dann denkst du ja in irgendeiner Form Negativ über die Wildwasserbahn 2. Das kann ja gar nicht sein. Nein, das kann man auch nicht gelten lassen. Ich hätte jetzt höchstens gesagt, ich heule dem nicht so hinterher wie du. Hallo? Da muss man hinterher heulen. Ich finde es natürlich auch traurig und schade, dass sie weg ist, aber nee, Regie sagt auch, nee, ist nicht, zählt nicht. Okay, gut. Habe ich ein Nein gekriegt. Die sagen auch, da muss man hinterher heulen, weil das so genial war. Genau. Das war jetzt wieder so ein Piekser an mich, ne, Mario, hier bitte ein bisschen mehr Empathie und ja, ich arbeite dran. Ah, wie kann man nur so blöde sein? Gut, wir sind immer noch bei Punkt 9. Genau. Der mir nicht einfällt. Also, ich habe meinen 10. Habe ich ja schon mal erwähnt. Du hast deinen 10, ja. Also, ich muss jetzt einen 9. kriegen, damit wir die Challenge auch erfüllen. Warst du schon mal in der Heidenhofkapelle? Nein. Nein? Dann hast du was verpasst. Denn ich bin da schon drin gewesen. Tatsächlich. Na, siehste. Und jetzt kommt mein Unterschied Nummer 10. Du bist schon mal diese Oldtimerbahn gefahren und ich nicht. Hast ja gut aufgepasst in der Folge, ne? Du ja nicht. Ja, super. Ja, dann haben wir aber 10 verschiedene Punkte oder 10, wie hatte Philipp das genannt? Unterschiede. Unterschiede, genau. 10 Unterschiede zwischen uns beiden. Und dann kommen wir ja jetzt zu den 5 Gemeinsamkeiten. Richtig. Also, dann fange ich gleich mal an und fange mit der Tür ins Haus. Ja, bitte. Wir beide, auch wenn du es eben ein bisschen runterspielen wolltest. Was ich dir aber niemals glaube. Wir beide vermissen die Wildwasserbahn 2. Ja. Ja. Ey, was machst du dann? Ne, ich habe einen Stich von meiner Regie gekriegt. Ich musste jetzt unbedingt ja sagen. Ja, das stimmt. Gut, dann würde ich einfach mal sagen, Essen im Heidepark. Machen wir gern. Also, das auf jeden Fall. Ja. Gut. Punkt 2 geht an das Essen, was wir beide gerne machen im Heidepark. So viel wie möglich und so unterschiedlich wie möglich. Naja, so viel wie möglich, so viel nicht, aber... Ich finde, das ist auch immer so ein, auch so ein, so ein, so ein, so ein, so ein, hängt immer vom Zustand ab, glaube ich. Ja, so viel Achterbahn. Also, es gibt wirklich Tage, es gibt Tage, da esse ich tatsächlich gar nichts im Park. Es gibt aber auch Tage, dann esse ich hier was am Stand und da was im Restaurant. Und ich habe immer, ich habe, was für mich immer ganz, ganz, ganz schlimm ist, und das ist eigentlich fast bei jedem Besuch so, der, die Entscheidung zwischen Piratenbürger und Wirtshaus des Admirals. Das ist aber auch eine schwierige Entscheidung. Das ist ganz, ganz schwierig. Also, mein Schinkenbraten gegen diese leckeren Burger. Ah, die beiden, die konkurrieren so dermaßen miteinander. Das ist verrückt. Das glaube ich, das glaube ich. Doch, doch, doch. Das verstehe ich. Mein Piratenbürger ist auch genial. Ja. Hm. Was, warte mal, jetzt haben wir wieder zu viel abgeschweift. Jetzt, weil, wo waren wir denn jetzt stehen geblieben, welcher Punkt? Punkt 3, Timo. Punkt 3 ist jetzt, den machen wir jetzt. Hm, dem, da bist du jetzt mit dran. Ja, ja, dachte ich mir. Wenn ich jetzt einfach sagen würde, wir fahren beide gerne Flug der Dämonen. Ja, aber das ist ja auch zu einfach, weißt du? Ja, das stimmt. Wir nehmen es mal rein, aber wir lassen es nicht zählen. Also, es ist dann, ihr habt es mal wieder gehört, dass wir beide Flug der Dämonen gerne fahren, was, glaube ich, jeder tut, der Achterbahn fährt. Und somit, sage ich das, ist das einfach mal keine Kunst, das jetzt zu nennen. Also, wir müssen noch einen anderen Punkt finden. Ähm, du bist genauso ein Thematisierungsmensch wie ich. Du findest auch immer, immer richtig gut, wenn thematisiert wird. Oder wenn, wenn irgendwas gut thematisiert wird. Genau, richtig. Ja, freue ich mich immer sehr drüber. Sehr gut. Also, Punkt 3, Thematisierung. Mhm. Punkt 4, Mario. It's your turn. Mhm. Punkt 4. Also, mir fällt da gerade nichts ein. Nee, wie du hörst, mir auch nicht. Nee. Aber jetzt, aber weißt du was? Mir fallen jetzt tatsächlich noch Sachen, die wir nicht gemeinsam haben, ein. Das ist verrückt. Erzähl dir mal gleich, wenn wir die Challenges jetzt durchhaben. Mach ich auch, mach ich auch. Und dann reden wir nochmal darüber. Ich muss sie aufschreiben, dass ich sie nicht vergesse. Ah, doch, Mario, ich hätte was, eine Gemeinsamkeit. Und was jetzt nicht so einfach ist, wir beide fahren gerne Captain's Turn. Ich tatsächlich erst durch das Gespräch, was wir mehr geführt haben, dass da eine Geschichte erzählt wird. Die kleine Geschichte, ja. Genau, aber seitdem feiere ich Captain's Turn und fahre Captain's Turn wirklich gern. Und das ist ja jetzt wirklich nicht wirklich unbedingt so dieses Mainstream-Fahrgeschäft, nenne ich es jetzt einfach mal. Richtig, stimmt. Das können wir auf jeden Fall sehen lassen. Punkt 4. Hm, Captain's Turn. Dann brauchen wir jetzt noch einen Punkt 5, Timo. Ja. Da ich ja jetzt für dich viel übernommen habe, überlasse ich dir sehr gerne Punkt 5. Punkt 5. Herrgott. Mensch, Schützkinder, das kann doch nicht so schwer sein. Echt? Wir hätten ja einen, aber den lasse ich nicht zählen, weil das ist zu einfach mit Flugtäne. Ja, das ist, 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 das kannst du die anderen Fahrgeschäfte auch dazu nehmen und dann, pfff. Captain's Turn, sag ich, das ist so ein Standard-Ding jetzt gewesen. Ja, ja, das ist, das ist, das ist tatsächlich so. Ah, ich hab noch einen. Und wir beide sind große Angsthasen, wenn es um solche Maces geht. Stimmt, ja, hast recht, tatsächlich. Kein Problem, Mario, gern geschehen. Punkt 5. Vielen Dank. Aber weißt du was, wir sind doch tatsächlich eben noch so ein, zwei Dinge eingefallen, die auf die Unterschiede passen würden. Jetzt bin ich gespannt. Auf die Unterschiede-Liste. Jetzt bin ich gespannt. Das hatten wir auch schon in dieser Folge. Du hast gesagt, wenn es reingeht in den Park, gehst du immer rechts rum. Ich gehe grundsätzlich immer links rum. Das ist ein Unterschied. Und dann wäre noch ein Unterschied, der ist so ein bisschen, naja, kennst du noch den Wildpark? Also bei deinem ersten Besuch waren da noch Tiere im Park vorhanden. Also jetzt mal die Delfine ausgenommen, sondern wirklich der alte, abgetrennte Wildpark, der hinten ja noch im Park vorhanden war. Das ist schon zu lang her, aber ich glaube nein. Okay, gut, also die habe ich tatsächlich noch gekannt. Ah, okay. Ja, also ich bin da, ich stand da tatsächlich noch am Gatter und konnte hier so ein bisschen von dem Rehkitz die Nase kraulen und solche Sachen. Also das ist eine Seite oder der Unterschied, ein Unterschied. Liebe Zuhörer, der Mario und ich, wir haben uns dazu entschlossen, euch nochmal so richtig anzuheizen zum Saisonstart. Und Mario, wenn es jemand kann, dann du, leg los. Meinst du? Ich denke schon. Also ich, ich grätsch dann da rein und nehme dann die Welle mit, aber ich denke, du kannst das schon ein bisschen besser. Ja, also wie gesagt, ich kann einfach nur nochmal betonen, dass ich mich wahnsinnig freue, weil eben auch viel Neues für mich da ist. Zum Beispiel eben auch, dass ich eher als Podcast-Moderator da bin, wo ich mich besonders darauf freue, Timo. Ja, ich mich auch. Das ist natürlich, dass wir beide uns endlich mal sehen in Natura, in Real Life sozusagen. Denn viele, die uns hören, die denken immer, ach guck mal, die beiden sind ja schon 20 Jahre verheiratet. Ja, ist aber gar nicht so. Wir haben uns tatsächlich noch nie live gesehen. Also wir haben immer Video-Chats, WhatsApp-Chats und wir sprechen viel miteinander, aber wir haben uns noch nie wirklich gesehen. Das ist ein Punkt, wo ich mich sehr, sehr, sehr doll drauf freue. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das geht mir genauso, Mario. Und ich denke mal, das wird ein lustiger Moment. Und dann stehen wir dann da und ihr werdet es bei uns auf dem Instagram-Kanal Heidepark World Podcast auch verfolgen können, wie denn unser Tag so abläuft. Richtig. Ja, also da werden wir euch dann natürlich auch noch mal auf dem Instagram-Kanal sowieso noch mal schön heiß machen. Vielleicht für die Leute, die ja zu dem Zeitpunkt leider nicht da sein können. Das könnt ihr da auf jeden Fall verfolgen. Und natürlich auch auf dem Heidepark World-Kanal, nehme ich mal an. Also gehe ich auf jeden Fall stark von außen. Es ist ja doch ein großer Teil des Teams von uns vorhanden. Und da werdet ihr auf jeden Fall nichts verpassen. Ja, ich freue mich aber auch eben auf diese Veränderung, die ich schon mal so ein bisschen angeteasert habe vorhin. Also ich freue mich immer über einen neuen Zaun, über eine neue Lampe, wenn hier mal was neu angestrichen ist. Aber man hat auch in dieser Winterpause so das ein oder andere Gemauschel gehört. Ich möchte jetzt keine Beispiele nennen. Ich möchte auch extra betonen, dass nichts davon vom Heidepark bestätigt wurde. Aber ich mich einfach darauf freue, dass wenn es doch irgendwie diese Veränderung gibt, ob sie dann tatsächlich in die Tat umgesetzt wurde. Ob das, ob an diesen Gerüchten denn auch so was dran ist zum Beispiel. Da freue ich mich immer sehr drauf. Also ich bin immer sehr wissbegierig und laufe dann wirklich in jede kleinste Ecke. Und ja, das muss einfach sein. Und die Vorfreude ist groß. Also fast größer als zu Weihnachten. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf diese Saison. Gerade auch mit diesen ganzen Geburtstagen, die stattfinden. Mit, ja, dieses neue Oktoberfest geöffnet bis 22 Uhr. Also das ist auch eins meiner kleinen Highlights, die ich auf jeden Fall mitnehmen werde und auf die ich mich sehr freue. Ja, mir geht es genauso wie dir, Mario, mit dem ersten Mal sehen von uns beiden. Da freue ich mich sehr drauf. Wird bestimmt ein sehr witziger Tag. Allerdings freue ich mich auch darauf, wie du es gesagt hattest, schon. Also wie soll ich das jetzt sagen? Ich freue mich natürlich auch darauf, dass ich jetzt auch als Heidepark World Podcaster durch den Park gehe. und somit, ja, wie du schon erwähnt hattest, eine andere Funktion habe, mehr oder weniger. Genau, richtig. Also es ist so ein bisschen eine kleine Aufgabe schon, das Private mit dem, ich sage jetzt mal, Beruflichen da unter einem Hut zu bekommen. Aber wir machen es ja auch, wir sind ja nicht gezwungen, wir machen es ja auf freiwilliger Basis. Wir haben da Spaß und Freude dran. Und von dem her, denke ich mal, wird das schon irgendwie machbar sein. Das kriegen wir schon hin. Da bin ich fest von überzeugt. Ja, denke ich doch. Und worauf freue ich mich denn noch? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich sind einfach Soundtracks Musik ein Hoch-auf-Immerscore. Musik im Park so wichtig, wenn ich einfach nur schon daran denke, dass ich bei Colossus in der Warteschlange stehe und dieser Soundtrack von Colossus läuft, da kriege ich schon Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. Und ja, vielleicht lasse ich den jetzt sogar mal im Hintergrund ein bisschen laufen. Muss ich mal gucken. Mach ich, ja. Und ich weiß nicht, wie es euch da geht. Der Soundtrack von der Popbahn ist genial. Bei Desert Race anzustehen ist mega genial. Flug der Dämonen alleine Soundtracks. Ich finde, Musik, das macht so viel aus in einem Freizeitpark. Ja, das ist tatsächlich so. Absolut genial. Ich freue mich drauf. Ich kenne auch noch die Zeiten, als es dieses noch nicht so gab, dieses Format mit dem Soundtrack in den Parks. Und das war doch schon, ja, ganz schön still. Gab es tatsächlich sogar auch mal eine Podcast-Folge von, die ist aber schon ein bisschen länger her. Da habe ich diesen Podcast hier noch ganz alleine gemacht, Timo. Da warst du noch gar nicht im Team. Den habe ich aber angehört. Ja, ne? Also das ist schon wirklich ein ganz, ganz, ganz anderer Unterschied. Bei mir ist das zum Beispiel so, ich habe ja auch beide Soundtrack-CDs vom Heidepark zu Hause. Und ich mache es auch wirklich so, dass ich am letzten Saisontag diese CD in mein CD-Regal verbanne, die dann nicht mehr rauskommt und tatsächlich zum Saisonstart dann wieder rausgeholt wird und im Auto landet, damit ich dann während der Autofahrt mich wieder auf den Heidepark freuen kann. Das ist so ein bisschen wie, ja, nach Weihnachten abschmücken und wieder alles auf den Dachboden bringen und dann wieder hervorholen, weißt du? Ja, ja, verstehe schon, verstehe schon. Fühle ich mit dir, auf jeden Fall. Aber dir geht das genauso mit der Musik? Ja, absolut. Also da bin ich voll und ganz auf deiner Seite. Ich erzähle das gerade. Ich habe Gänsehaut. Marion, scheiße. Ich habe richtig Gänsehaut. Machen wir noch einen Punkt 6 bei unserer Liste, der Challenge. Damit wir es übertreffen können, ne? Genau. Die Musik im Park ist ein Muss, gar keine Frage. Das ist einfach, und die Musik im Heidepark, die ist nun mal großartig. Ja. Die ist einfach großartig. Klar gibt es den einen oder anderen Soundtrack, wo man sagt, oh gut, ich fand den vorherigen besser oder wie auch immer. Aber so im Gesamtpaket ist das echt ein super genialer Soundtrack für jeden Bereich und das gehört einfach dazu. Das ist so. Das gibt eine ganz andere Atmosphäre, eine viel stimmigere Atmosphäre und das muss einfach sein. Ja, das stimmt. Absolut. Und wie es euch da geht, schreibt das gerne in die Kommentare bei uns oder schreibt uns gerne bei Instagram, ob ihr denn genauso darüber denkt. Und wie findet ihr Musik im Freizeitpark? Ja, sehr gerne. Immer her damit. Ja, ich freue mich auch noch natürlich auf hoffentlich schönes Wetter. Das wäre natürlich toll. Ich meine, die aktuellen Prognosen ist ein bisschen, also ich denke mal, es wird nicht ganz so warm, aber wir werden, oder ich wünsche mir Windstille, so leichte Plusgrade und kein Regen. Ja, das wäre so mein Wunsch und mein Traum wäre natürlich 20 Grad strahlender Sonnenschein, das volle Programm. Ich sage, wenn wir 10 Grad haben, Sonnenschein und trocken, dann haben wir schon viel erreicht. Genau, also selbst wenn der Sonnenschein wegfällt, dann sind 10 Grad auch schon sehr gut und wenn es trocken ist, dann passt das schon. Da müssen wir aber, da haben wir ja keinen Einfluss drauf, da müssen wir einfach gucken, was da auf uns zukommt. Und ich habe bis jetzt tatsächlich alles erlebt, also von Schnee bis 20 Grad tatsächlich, auch schon am Saisonstart. Da bleibt es einfach nur gespannt zu sein und zu gucken, was da auf uns zukommt. So ist es. Und Mario, ich würde sagen, wir haben es mal wieder gut gemeistert, diese Podcast-Folge. Und diesmal auch wieder in unserem Zeitfenster, wie man es gewohnt ist. Ja, tatsächlich. Nicht so wie letztes Mal. Ja, haben wir, aber hatten wir vorher schon versprochen, ne? Ja, natürlich. Ja. Was wir versprechen, daran halten wir uns. Das halten wir auch, aber sowas von. Also ihr Lieben, ihr werdet auf unserem Podcast-Kanal, also auf dem Instagram-Podcast-Kanal Videos sehen, Bilder sehen. Und wenn ihr uns erkennen solltet, auf dem Video und dann im Park seht, sprecht uns gerne an. Oh ja, sehr, sehr, sehr gerne. Kommt einfach zu uns. Wir sind ja mit Heide Park World Klamotten unterwegs. Sprecht uns gerne an. Also wir beißen nicht oder wenn ihr uns irgendwas sagen wollt oder uns was fragen wollt. Immer her damit, gar keine Scheu haben. Wir sind offen für alles und würden uns über jeden Besucher freuen, wenn der auf uns zukommt. Genau. Keine Scheu. Und wir freuen uns auf euch und auf den Saisonstart und aufs Achterbahnfahren. Auf schöne Musik im Park, auf Essen im Park und was wir alles noch so erleben. Genau. Ja, dann bleibt uns ja nur noch zu sagen, wir wünschen euch einen sehr schönen Saisonstart. Eine tolle Saison 2023 und wir sehen uns alle zusammen im Heide Park. Bis dahin. Achso, wolltest du noch was? Ich wollte nur sagen, und vor allem, wir hören uns. Das auf jeden Fall auch. Also bis dahin, macht es gut und tschüss. Macht's gut. Das war's auch schon wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert uns gerne auch bei Apple Podcast oder Spotify. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.